Oh, der Arme da unten kann sich nicht entscheiden, welche Farbe er haben soll. Ich liebe sie. Also nicht Lara, die Musik. Ach, komm, werf die Fackel weg. Ciao, ciao. Danke, liebe Leute, wir haben Tomb Raider 4 durch. Also, Times-Level. Ein Bonus-Level. Okay, Lara, schnappt sich jetzt den Druck im Kopf. Phil Chapman, Cheryl Carroll, Andrea Cordella, die Level-Designers. Wir haben zu Wefield. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jetzt kommt bestimmt das mit der Mumie, ne? Ah nein, jetzt genau das. Music and Sounds FX. Ah, wie die schnelle Sound FX. An das hab ich gedacht vorhin. BAM! Hä, nochmal draufdrücken. Die sind Hope Cant and Andy Santon. Hey, der ist doppelt. Tony Horton, Tri... Ne, Tizia... Ich find, die haben's verdient, hier gezeigt zu werden. Auch wenn wir Lara schon zweimal sehen mussten. Jeremy H. Smith und Adrian Smith. Oh. Schnapp. Das haben sie extra nicht mehr drauf gemacht, weil der sonst auf einen Klack weg wäre. Ihr wisst, was ich mein. Und das war's. Wie lange haben wir gebraucht? Hm. Wir haben nur ein Secret gefunden. Von zwei. Wir haben die Hälfte der Secrets gefunden. Sagen wir es so, das klingt besser. Ne, genau, das ist der Ladebildschirm und gleichzeitig das Spiel gewesen. Oder? Ja. Die beiden Wauwies. Genau, jetzt geht's da oben rein. Ja, komm, ist, ist stabil. Wow. Verarscht. Okay, ähm. Ich sag tschüss.